Hallo, ich bin der Alex von... Ja, das ist gut, das dürfen Sie wissen. Ja, aber ich bin der Jürgen von Eisbrecher. Das dürfte vielleicht der eine oder andere nicht wissen. Das ist nicht gut. Das stimmt überhaupt nicht. Können wir nochmal anfangen? Hallo Freunde von Eisbrecher, ich bin der Alex. Ich bin der Jürgen. Ganz genau. Gut sieht's aus. Danke, du auch. Brille neu? Ja, das ist eine Original Polaroid Brille. Die ist unglaublich sexy. Aber gut, dass wir die Dinger aufhaben. Meine ist übrigens nicht von Polaroid, die ist von... Mach du mal weiter, ich will schauen. Meine heißt Revolver. Gut, dass wir die Dinger im Gesicht haben, denn die Sonne sinkt gerade am Horizont. Man kann's gut sehen, es ist alles sehr flach hier. Wo sind wir? Wir sind im wunderschönen Österreich. Meine Fresse, im wunderschönen Österreich, im wunderwunderschönen Österreich. Auf dem Nova Rock Festival. Und wisst ihr was? Wir haben bereits gespielt. Wir möchten euch an dieser Stelle einen schönen Gruß aus dem schönen Österreich schicken. Ich muss sagen, der Gig war Wahnsinn. Österreich hat gut gerockt vor zwei Jahren, waren wir schon mal da und da hat's unglaublich... Gebieselt. Geregnet. Geschifft. Und diesmal nicht. Das Wetter war schön. Die Leute waren glücklich. Wir waren okay. Wahnsinnig gut. Also ich war sehr gut. Ich weiß. Ich hab nämlich nur auf dich geschaut. Nein, ich fand mich auch gut. An dieser Stelle für alle, die nicht dabei waren. Wenn ihr mal die Gelegenheit habt, aufs Nova Rock zu fahren, nutzt sie. Wir werden jetzt das tun, was Männer tun müssen. Ich trink was. Jürgen geht aufs Klo und wir sehen uns irgendwann dieses Jahr auf einem der anderen schönen Festivals, wo wir noch spielen werden. Auf geht's!